Was können wir denn schreiben? Jason, wir haben etwas Schreckliches herausgefunden. Screenshot? Verflucht! Ich hatte gehofft, die Blutlinie wäre mit dem Tod dieses Mädchens damals versiegt. Ich weiß, dass die Bruderschaft lange nach möglichen Nachfahren dieses Waisenkindes gesucht hat. Jetzt ergibt auch alles einen Sinn. Die Zeremonie, die Opfergabe für den Dämon. Dann sind nach langer Zeit sogar zwei passende Wörter an diesem verfluchten Ort. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Belial seine menschliche Hülle einnimmt. Aber wieso dieser Aufwand und wieso wurde die ganze Gruppe in Gefahr gebracht? Wenn diese Bruderschaft so mächtig ist, hätten sie Mika oder Anni doch einfach verschleppen können. Eigentlich schon, ne? Du hast recht. Es wäre für die Bruderschaft ein leichtes gewesen, sie zu entführen. Aber es gibt zwei Probleme. Zum einen, die Geister der Waisen. Sie rächen sich für das Unrecht, das ihnen angetan wurde. Keiner aus der Bruderschaft, der dieses Gelände betreten hat, wurde je wieder lebend gesehen. Oh krass, okay. Und das zweite Problem. Der Wirt muss den Ort der Inbesitznahme aus freien Stücken betreten. Ah, okay. Das ergibt natürlich dann Sinn. Mit diesem freundlichen Dorf und alles. Und oh. Das war da natürlich dann wirklich sehr, sehr, sehr geschickt eingefädelt alles, ne? Aber die Bruderschaft hätte das doch niemals dem Zufall überlassen. Du meinst, Mika und die anderen mussten freiwillig dorthin? Ja, hat er doch gerade gesagt. Aus freien Stücken? Ich verstehe nicht. Äh, Zufall. Naja, sie haben es halt gelenkt. Sie haben alles ein bisschen gelenkt. Nein, ich denke, sie haben einige Brotgruben ausgestreut. Ja, genau das meine ich. Um sicher zu gehen, dass sie der Spur folgen. Oh, Signal oder Geister? Oh, Vergangenheitschat. Sandy und Jarek wahrscheinlich wieder, ne? Sorry, Jarek, war mich gerade am umziehen. Was gibt's denn? Ich wollte eigentlich gerade joggen gehen. Ich habe dir doch von diesen seltsamen Nachrichten erzählt. Über dieses Waisenhaus, die plötzlich auf meinem Rechner aufgetaucht sind. Hast du denn inzwischen herausgefunden, wo es sich befindet? Ja, von hier aus sind es knapp 500 Kilometer. Oh Mann, lohnt sich da der Aufwand? Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Uns wurde eine Mega-Kooperation angeboten. Ähm, was? Mich hat vorhin so ein Typ angerufen. Irgendein hohes Tier von einer dicken Werbeagentur. Ach, was. Woher hatte er deine Nummer? Keine Ahnung, ist doch auch egal. Auf jeden Fall sind die irgendwie auf unseren Channel aufmerksam geworden und wollen uns pushen. Cool, ihr Glückspilze. Pushen? Naja, die würden uns halt fett vermarkten. Auf allen Kanälen Werbung für uns machen und so weiter. Und bezahlen würden die uns auch. Ja, läuft. Und was sollen wir im Gegenzug für die tun? Hier eine Werbeeinblindung, da ein Produkt in die Kamera halten. Das Übliche halt. Okay, und wo ist der Haken? Die haben diesen Deal nicht nur uns, sondern noch zwei anderen Channels angeboten. Es läuft so. Die wollen innerhalb der nächsten Woche noch nicht veröffentlichtes Videomaterial von uns haben. Und wer das beste Material einreicht, bekommt den Zuschlag. Aber findest du das nicht merkwürdig, Jarek? Erst ploppen völlig unverhofft. Oh. Irgendwelche Infos über dieses Waisenhaus auf deinem Rechner auf. Und ganz plötzlich kriegst du diesen Deal von einer dicken Werbeagentur angeboten. Das stimmt doch was nicht. Oh Mann, dass du und die anderen auch immer alles so pessimistisch sehen müsst. Vielleicht haben wir einfach mal Glück. Zufall, Schicksal, nenne es wie du willst. Verdächtig viele Zufälle, wenn du mich fragst. Ich weiß nicht, Jarek. Ich habe da ein komisches Gefühl. Und genau deshalb habe ich auch den anderen noch nichts davon erzählt. Ich wette, die würden genauso reagieren wie du. Dann gehen wir mal davon aus, dass alles eine glückliche Fügung ist. Aber zwei Wochen? Das ist mal verdammt wenig Zeit, Jarek. Ich meine, ich könnte mir problemlos ein paar Tage freinehmen. Aber ob die anderen so kurzfristig freinehmen können? Ja, ich habe schon mit allen gesprochen. Wir könnten in drei Tagen aufbrechen. Mika hat sogar ganz kurzfristig von ihrem Chef eine Woche Sonderurlaub bekommen. Ähm. Ach, noch mehr glückliche Zufälle? Hm. So eine Gelegenheit bekommen wir vielleicht nie wieder. Und dieses Waisenhaus ist die perfekte Location. Das meinte der Typ übrigens auch, als ich ihm davon erzählt habe. Er meinte, damit hätten wir den Zuschlag schon fast in der Tasche. Wie hieß denn die Agentur noch, bei der dieser Typ arbeitet? Der Name fällt mir gerade nicht mehr ein hier, natürlich. Aber er will mir bis spätestens übermorgen noch eine Mail mit weiteren Einzelhalten schicken. Also, was sagst du? Auch wenn mir die ganze Sache echt merkwürdig vorkommt. Ich mache das jetzt dir zuliebe. Du bist ein Schatz. Ist klar. Ich schreibe es direkt in die Gruppe. Aber das behalten wir erstmal für uns, okay? Ich habe echt keinen Bock auf die ganzen Diskussionen. Was meinst du, was Mika und der Rest für Augen machen, wenn wir den Zuschlag bekommen und sie dann, äh, und sie damit dann überraschen? Na, da bin ich mal gespannt. Dann schreiben wir also später. Bin dann jetzt joggen. Ich jetzt, ich jetzt auch noch Sport. Den von Ritter. Sehr gut. Oh, schon wieder hacken. Toll. Ja. Wieder Tagebücher und Notizen haben wir. Eine. Vom gleichen Blut. Verflucht. Wir haben herausgefunden, dass Mika und Anni offensichtlich ganz bewusst zu dem Ort gelockt worden sind, an dem Schwester Braun damals den Dämon bannen konnte. Die beiden sind direkte Nachfahren von Emilias Schwester und teilen somit ihre Blutlinie. Damit sind sie offensichtlich geeignete Wörter für dieses Monster. Im Moment scheinen die beiden zwar normal zu sein, aber was, wenn es ist wie bei Jarek oder Tami? Was, wenn eine von beiden bereits besessen ist, ohne es zu bemerken? Die Bruderschaft bereitet bereits alles für die Beschwörungsrituale vor. Es sieht also alles danach aus, als stünde die Ankunft des Dämons kurz bevor. Wenn ich doch nur wüsste, wie wir sie aufhalten können. Ja. Dann würde ich sagen, hacken wir mal schnell, ne? Ich muss bald wieder Münzen holen, verdammt. Eins noch, ne? Und dann hören wir uns mal Tagebuch 14 an. Wie sich aus weiteren Aufzeichnungen ergibt, ist die Blutlinie nur eine von mehreren Voraussetzungen, um Belial zu erwecken. Der sogenannte Tag der Erleuchtung. Der Tag, an dem nach Überzeugung der Bruderschaft, der ohne Licht, aus dem Schatten tritt und seinen Thron besteigt, steht in Verbindung mit einem astronomischen Ereignis, das sich nur alle 84 Jahre beobachten lässt. Im Sternbild des Perseus befindet sich der sogenannte Teufelsstern Al-Gol. Hierbei handelt es sich vielmehr um ein System aus drei Sternen, die einander umkreisen. Während sich zwei der Sterne in einem Zeitraum von etwa drei Tagen umkreisen, wobei der hellere, größere Stern von der Erde aus gesehen, für etwa zehn Stunden vom kleineren bedeckt ist, also im Schatten liegt, liegen die drei Sterne nur alle 84 Jahre auf einer Achse. Dieses Phänomen, auch die Achse des Bösen genannt, stellt den Zeitraum dar, in dem Belial befreit werden kann. Vereinfacht gesagt, alle 84 Jahre verbleiben der Bruderschaft etwa drei Tage, um dem Dämon einen Wirt zu bieten. Während der zehn Stunden, in denen Al-Gol im Schatten seines kleineren Zwillings liegt, muss der Dämon Besitz von diesem Wirt ergreifen, um sein irdisches Dasein zu manifestieren. Nach Verstreichen der zehn Stunden, sobald Al-Gol aus dem Schatten tritt, muss der Dämon in einem Ritual heraufbeschworen werden, um seine Herrschaft anzutreten. Es ist 84 Jahre her, seit der Dämon Besitz von Emilia ergriffen hatte. Doch Schwester Braun war es gelungen, dieses Wesen zu bannen. Das würde bedeuten, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem die Träger des Lichts versuchen werden, diesen Bann zu brechen, um den Dämon zu beschwören. Und wenn es sich bei den Liebknechts tatsächlich um Nachfahren von Emilia handelt, haben sie bereits einen geeigneten Wirt gefunden. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass nur der Tod des Wirts verhindern kann, die Macht des Dämonen zu entfesseln. Jedoch glaube ich jetzt, eine andere Möglichkeit gefunden zu haben. Wartet mal. ... wird gefunden. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass nur der Tod des Wirts verhindern kann, die Macht des Dämonen zu entfesseln. Jedoch glaube ich jetzt, eine andere Möglichkeit gefunden zu haben. Das ist ein spannender Teil. Das Ende. Das heißt, man kann Belial auch loswerden, ohne den Wirt zu töten. Und das werden wir noch herausfinden. Hoffe ich. Klartext. Wir hatten recht mit unserer Vermutung. Jarek und die anderen wurden ganz bewusst zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Waisenhaus geleitet. Und dein Vater scheint zu wissen, wieso Ember. Und vielleicht auch, wie wir diesen Dämon stoppen können. Ich tue mich immer schwer. Dämon oder Dämon? Ich glaube, es gibt beides. Bitte hört euch das mal an. ... Mika. Ich kann das alles nicht glauben. Vorsichtig sein jetzt. Anni und ich sind Nachfahren von Emilia. Und deshalb mussten unsere Eltern... Verdammt, die haben wirklich alles bis ins Detail geplant. Und sie mussten euch in die Nähe des Ortes locken, an dem Belial damals gebannt wurde. Mika, ihr seid die Würde, nach denen die Bruderschaft seit Jahrzehnten gesucht hat. Ich will es ihr nicht so genau sagen. Dann wollten diese Schweine mich... Sie konnten unmöglich wissen, dass Anni sich auf den Weg machen würde. Ja. Ja, sie haben es in erster Linie scheinbar auf dich abgesehen. Das spielt jetzt keine Rolle mehr, Mika. Ihr seid beide dort. Ich weiß es nicht, Mika. Ihr seid beide dort. Oh mein Gott. Alles, was passiert ist. Tami, Leon, Jarek. Wieso, verdammt? Wenn es doch nur um mich ging. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber du musstest diesen Ort freiwillig betreten. Du wärst alleine niemals dorthin. Sie brauchten die anderen, um dich hinzulocken. Um Belia eine Hülle zu geben, haben diese Schweine den Tod von euch allen in Kauf genommen. Sie wäre alleine nicht dahin gegangen. Also haben sie die anderen benutzt? Ja. Alle über die Klinge springen lassen, damit ich zu diesem verdammten Ort komme? Genau so sieht es aus. Ich glaube, mir wird schlecht. Sebastian. Was, wenn Sandy recht hatte und ich wirklich besessen bin? Wenn dieses verdammte Monster schon in mir ist und ich es einfach nicht merke? Oder in meiner Schwester? Naja, das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit. Oh Gott, dann wären wir alle in Lebensgefahr. Ja. Du darfst jetzt auf keinen Fall die Nerven verlieren, Mika. Vielleicht hat Sandy recht und ihr seid in dieser Hütte sicher, Mika. Ist dir denn irgendwas aufgefallen an dir oder an Anni? Ja, das frage ich mal. Nein, verdammt, aber was heißt das schon? Sandy war sich bei Jarek auch sicher, dass er wieder normal sei. Auch ich könnte schon längst befallen sein von diesen Parasiten. Ich habe einfach nur Angst. Schreckliche Angst. Ja, und Jarek war doch zwischendurch dann auch wirklich wieder normal, oder? Er hat doch dann... Er hat doch Sandy befreit, oder nicht? Das heißt, es war doch wirklich dann Jarek in diesem kurzen Moment, oder? Mika, wir werden einen Weg finden, euch zu helfen. Bitte gib jetzt nicht auf. Wir werden diesen Wahnsinn stoppen, Mika. Wenn dir etwas Ungewöhnliches auffällt, musst du es uns sofort sagen. Ich mache ihr mal ein bisschen Mut, ne? Ich dachte, wir verbessern sie, die Beziehung. Sebastian, aber wenn es wirklich so sein sollte... Und dieses Monster in mir sein sollte... Bitte versprich mir, dass ihr alles tun werdet, um Sandy und Anni zu schützen. Sollte ich anfangen, mich merkwürdig zu verhalten, dann müssen die beiden sich in Sicherheit bringen. Und wenn es sein muss, wissen sie mich? Nein, Mika. Daran darfst du nicht einmal denken, Mika. Ich verspreche es, du meinst dich umbringen. Daran darfst du nicht denken. Sorry, aber nein. Wir wollen das nicht. Ich fürchte, wir müssen das in Betracht ziehen. Ich wünschte, ich wüsste, was wir tun können. Um diesen verdammten Albtraum ein Ende zu bereiten. Ja. Ich muss wieder rein. Nachsehen, wie es Anni geht. Bitte, lasst nicht zu, dass wir hier drauf gehen. Mika ist nun offline. Und Wolf schreibt... ... Vielen Dank.